Was soll das mit dem Schlagbaum? Gehören die Pferde euch? Habt ihr einen Passierschein? Er muss einen Fanta lassen. Pferde, die beiden Schwarzen. Wenn er mit Passierschein zurückhört, bekommt er sie wieder. Als ich dich zum ersten Mal sah, weißt du, was ich da gedacht hab? Wenn ich den Mann doch berühren dürfte. Das sind nicht meine Pferde. Ich überließ euch zwei wunderbare Tiere. So will ich sie wiederhaben, Herr. Die Prinzessin gewährt das Privileg des Zollrechts nicht mehr. Wenn du willst, dass deine Klage sie erreicht, lass mich zu ihr gehen. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Feinden vergeben. Ich bete zu Gott, er möge mir nie so vergeben, wie wir dem jungen Baron vergeben werden. Bewaffnet euch. Hältst du das für Gerechtigkeit? Du ziehst alle diese Leute in einen Krieg hinein, der sie nicht betrifft. Aber denkst du manchmal auch daran, wie du selber enden wirst? Man stirbt allein.